Nomen im Plural Alle Nomen im Plural haben den bestimmten Artikel, die zum Beispiel die Tafeln die Papiere die Tische die Stühle Der Plural auf Deutsch hat fünf Endungen e n r s keine Endung Plural mit i die meisten maskulinen und neutralen Nomen Beispiel der Tisch die Tische der Stuhl die Stühle der Bleistift die Bleistifte das Heft die Hefte das Brot die Brote das Pferd die Pferde Plural mit der Endung n n n und neunzig Prozent aller Nomen, die auf Ehe enden n 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 mit der Endung e die Tasche die Taschen die Lampe die Lampen alle Nomen mit der Endung Wohnung Wohnungen Heid wie Möglichkeit Pluralmöglichkeiten Heid wie Krankheit Pluralkrankheiten i e wie Familie Pluralfamilien o r wie Doktor Pluraldoktoren i o n wie Lektion Plurallektionen viele Feminine Nomen viele Feminine Nomen zum Beispiel die Frau die Frau die Frau die Frau die Frau die Uhr die Ohren Plural mit der Endung e die Frau 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 die Kinder der Mann die Männer Plural mit der Endung des alle Nomen mit der Endung es a i o y zum Beispiel das Taxi die Taxis das Radio die Radios die Pizza die Pizzas das Handy die Handys viele Fremdwörter haben im Plural es zum Beispiel der Job die Jobs das Hotel die Hotels die Hotels die Hotels Vielen Dank.